so und damit grüße ich euch alter ist der riesig herzlich willkommen zurück zu horizon zero dawn mein name ist der frankonia schön dass du wieder eingeschaltet hast heute jessers nah jessers nah hat er gemeint so ähm ja doch gesagt wir nehmen den jungen mann hier heute mal was machen die teppen jetzt hier eigentlich so dann schauen wir mal was wir haben hier wir haben wir hier einiges oder ist so überdimensional groß das sieht so cool aus so machine kill kennst du hier aus irgendwo waren doch noch dann welche da war doch noch eine das war doch nicht nur der hat er gemeint so wir nehmen alles mit irgendwo war doch hier noch was was ist das für ein geräusch da war der kollege so nimmt natürlich dankend alles mit wieder wo der ist so war jetzt da freue ich mich jetzt schon richtig drauf dass wir uns den schnappen hier sind keine feinde aber wir können das sammeln die maschine hat mich gesehen also regt regt du mich nicht auf kollege so ähm ähm last but not least möchte ich aber doch wohl der kommt ja eigentlich jetzt hierher wieder ne so wie komme ich denn da hoch dann wo ich weiß es nicht das wird denke ich mal richtig richtig cool jetzt gleich werden so wir schauen aber noch mal hier nach oben ich glaube ich kann von hier aus auf den langen hals springen alter das wäre fett alter ist das geil geil okay ich muss ja an diese dinge hin ne okay jetzt muss ich nur noch zum kopf hoch krass alter alter ist das geil so überbrücken nur einen kleinen moment dann bin ich wieder runter alles was er sieht und sendet es auch an andere maschinen krass alter zum öffnen der karten fertigkeitspunkte wow stufe 12 sind wir jetzt schon alter wir könnten uns hier abzahlen theoretisch alter das ist schon krass wir müssen alle langhälse abklappen hier oder was das ist einfach nur ein traum muss ich ganz ehrlich sagen das ist sehr sehr cool so weißt du was wir lassen uns mal hier abzahlen alter warte mal warte mal wir gehen mal kurz in den foto modus künftig erst mal tageszeit rand da können wir aus zu viel machen ne ja komm wir schließen mal Ist der jetzt kaputt? So, Beobachtungsereignisprotokoll, Notizbuch anzuzeigen, Text, Datenpunkte, Maschinen, Text, Datenpunkte, Maschinen, Langhals, Transmitterprotokoll. 14.23, Orbit, 4F8 eingeleitet, Zyklus 80-231, äh, 231, ja, 14.23-01, Routing, Anfrage gesendet, 14.23-02, keine Antwort, G-Prime, 14.24 und 11 Sekunden, inaktive Agenten ringen, 14.24 und 12 Sekunden, 43-46, inaktiv. Jo, Alter, du kannst ja auch, Alter, leg mir den Arsch. So, Quests, was haben wir hier? Eine Sucherin vor den Toren, Rede Materie in Mutterkrone, Hauptquest, eine Sucherin. Stufe 2, die Spur der Kriegerin haben wir aber noch, Nebenquests, Stufe 25, kennst dich auf, Aufträge haben auch noch einiges. Abgeschlossene Arbitativitären, Langhälse, Jagdgebiete, Stufe 1, Nora, Jagdgebiete, kennst dich aus. Verdorbene Zonen, Stufe 15, gestern, ah, jetzt geht's hier ab, du. Boah, das ist so dermaßen, was ist jetzt hier schon wieder? Teufelsdurst. Spur der Kriegsherren, ach, jetzt hat er das, ach, ach, Alter. Langhalsstufe 7 überbrückt, jetzt haben wir die tatsächlich verdorbene Zone, Stufe 15, Alter. Jetzt haben wir da ein Riesengebiet, ach, hier ist das noch. Boah, das ist ja cool, das ist ja sehr, sehr cool. So, was haben wir hier, das ist Aktiv-Hauptquests, Stufe 7. Die Sucherin der Tore haben wir hier, ne? Ja, aber da ist noch eine Quest. Die Spur der Kriegsherren, dort wurde die Nora-Kriegsdruppe überfallen. Dann setzen wir mal hier gepflichten Wegpunkt. Das ist schon ziemlich cool, ey, muss man sagen, ey. Sehr, sehr kallig. Mir ist auffallen, ich muss viel mehr hier dieses... diesen Fokus benutzen. Den benutze ich eindeutig zu selten, den benutze ich echt eindeutig zu selten. Boah, das ist groß, das ist echt cool, muss ich sagen. Bei anderen hast du immer so Aussichtstürme gehabt, ne? Dass du dich hochleveln, äh, dass du neu freischalten kannst, die Gebiete. Aber das ist richtig gut gemacht, muss ich sagen, ey. Fällt mir wahnsinnig. Was ist denn das? Ein Grase. Krass, hier ist ein Auto. Krass, hier sind Autos. Wow. Dass die tatsächlich nach 1000 Jahren, dass es die da noch gibt. So, krass, da nehmen wir natürlich dankend mit. Oh, was ist das hier? Wie groß ist denn das? Sag einmal. Junge, was ist das für ein Riesengebiet hier? Ich muss eindeutig mehr scannen, aber schade finde ich ein bisschen, dass ich hier dann doch nicht mehr so schnell rennen kann. Aber die Leute von Guerrilla Games, wenn sich wohl dabei was gedacht haben. Ja, diese Ruinen. Wow. Das ist mal cool. Wir schauen mal ins Geschwindsichtfeld. Spiele verbergen. Nein. Tiefenschärfe, Helligkeit. Wie geil, das kannst du ändern. Okay, das war bei 47, ne? Wie krass, wie krass. Breitbild, ne, nix. Sofortbild, sofortbild breit. Weißerer Muster, Herzen. Wir machen mal nix. Okay. 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 Muss ich sagen, schau dir das an, Alter. Wie krass das aussieht. So, wir verlassen das natürlich. Boah, muss ich sagen, das ist richtig cool hier. Graser hat er gemahnt. Das sind wohl alles Graser. Ja, dann hätte ich doch gesagt. Wow, das war hier ein Spielplatz mal. Boah, das ist richtig krass. Das war hier tatsächlich mal eine Stadt, ne? Wow, Alter. Entschuldige, aber ich bin da jetzt selber so buff. Das haben sie richtig geil gemacht. Hier ist nochmal ein Auto. Ich möchte schauen, ob wir hier wirklich nix... Ach, hier findet man sowas, okay. Ja, da kommen wir natürlich gleich nochmal hin. Aber erstmal möchte ich doch hier wirklich noch alles abchecken. Alte Trümmer, Armbanduhr, altes Klangspiel. Wer weiß, zu was das noch gut sein wird. Aber ich denke mal, wir würden das nur an Händler verkaufen können. Aber Arig, komm, Kohle ins Haus. Unglaublich cool und krass. So, Verderbniswurzel natürlich. Die Musik, finde ich auch. Passt auch total zu diesen Ruinen. Nichts nicht, aber... Hier draußen beißt der Schnee ganz schön. Fuchshaut, fettes Fleisch. Es ist einfach so überwältigend. Bahl hat von einem Banditenlager gesprochen. In einer Metallruine. Das muss wohl das Lager sein. Ich sollte lieber die Augen offen halten. Meinst du, oh, wir haben über 1.000 jetzt? Wir haben jetzt über 1.000 an Holz. Ja, das ist auch mal eine Hausnummer. Hui, hier haben wir noch was. Oh, ich lieb das ja so. Alles, was war das jetzt? Alter! Alter! Den hätte ich vielleicht noch abzapfen können, ne? Aber egal, jetzt ist auch zu spät, wir nehmen es natürlich alles wieder dankend mit. Fuck. Die haben jetzt auch... Was denn? Die haben jetzt auch ungewollt mächtigen Schaden gemacht, Freunde der Sonne. Dieser langen Hals, der rennt da immer nur im Kreis rum, wie es ausschaut. Was sind denn das für Statuen? Alter, das ist tatsächlich ein Bus hier, ne? Wie es ausschaut. Das nimmt die AK Ende mit dem Looten, ne? Die zünden natürlich. Das war tatsächlich mal ein Bus. Boah, also, ich war ja schon von The Last of Us begeistert, aber das hier, das ist schon... Das ist auch noch mal eine Nummer für sich, ne? Kann ich hier was scannen bei denen? Nix, ne? Ui, Ratte, winziges Fleischstück, natürlich. Hier waren wir ja, denke ich, gerade, ne? Genau, hier läuft der ja immer entlang, der Kollege. Es ist so mächtig. Es ist so mächtig. Es ist so mächtig hier. Okay. So, deswegen, äh, laufen wir doch noch mal tatsächlich darüber. Jetzt weiß ich nicht, ob wir hier schon waren. Ja. Ja, sieht schon aus. Wir könnten theoretisch da rüber. Auf dieser anderen Seite waren wir halt noch nicht, ne? Aber weißt du was, wir laufen jetzt mal hier rüber. Checken hier nochmal die Lage ab. Krass, das waren Ampeln hier. Genau, hier war der Spielplatz. Hier kamen wir her. Genau, jetzt sind wir wieder richtig, hat er gemahnt. Ui, Maschinenareal entdeckt. So, wir checken mal hier ab, ob wir hier was finden. Wir haben halt das Grasareal da drüben. Aber hier gibt's so auf den ersten Blick. Gerade nix, aber man kann tatsächlich hier drüber laufen. Cool. So, begib dich zum Schlachtfeld. Genau, das machen wir. Ja, aber... Ich muss hier tatsächlich, ne, die Jungs... Sind wir jetzt Mutterkrone? Ich würde das gerne da hinten, ne? Ja, das ist das. Wir sind so schweig. Wir sind so schweig. Wir sind so schweig. Wir sind so schweig. Viel später. Jetzt hau die Katsch mir wieder ab hier. Ui. Schlaf gut, Kollege. Ein Noradorf, oben auf dem Berg. Ein was? Wow! Was war da auf dem Dach? Kommt mir ja nicht zu nah, Freunde. Hier komm ich gar nicht hoch. Sehr nützlich. Na, das mein ich auch. Kommt mir bitte nicht zu nah, Freunde. Ich will euch eigentlich nichts tun. Aber wenn ihr mich angreift... Jetzt jagen sie mich. Ach so. Warum jagen die mich? Ich mach doch gar nichts eigentlich. Ich weiß, ich bin in eurem Territorium. Ich weiß nicht. 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 Das war doch Molten, Kollege. Das nehme ich mit. Hä, was pfeife ich denn? Okay, das hat wunderbar geklappt, wir stellen mal hier das alles her. Komm, ich nehme mal hier diese Pfeile bitte. So, den haben wir gelootet. Ich glaube, jetzt haben wir auch mal für kurze Zeit unsere Ruhe. Was hat die gesagt gehabt? Oben auf dem Berg, was haben wir hier im Mutterberg? Okay, hier gibt es soweit nichts. Dann gehen wir hier noch rüber. Ach, hier oben. Waren, dann sind wir eigentlich schon hier an dieser Hauptquiz, ne? Alter. Ich dachte, der wurde überfahren, ne, Lebendige? Krass, da oben ist nochmal eine Quest. Ja, das ist schon cool, wartet mal, Freunde. Wir gehen da jetzt doch nochmal hier über den kleinen Stich. So, und dann laufen wir doch mal hier entlang nochmal. Und dann nehmen wir das mit und gucken uns mal an, was die hier noch zu finden haben. Das nehme ich lieber mit. Joa, ein bisschen Medizin beeilen, da. Zu wem bitte dir, Kollegen? Gibt's hier irgendwas Auffälliges, aber das ist cool, ne? So, wir nehmen das hier natürlich noch mit. Ein bisschen Blümchen hier. Hallendes Kraut, jawohl, ja. Oh, wie viele Quests gibt's denn hier? Hier gibt's eine. Boah, krass. So, die nehmen wir doch alle dankend an. Was haben wir hier? Sehr geil, mit dem können wir hier ein bisschen labern, oder? Und wir können auf jeden Fall speichern hier. Du gehörst zu den Nora. Tu deine Pflicht und bitte darum, dass man sich nach deinem Tod an dich ermordet. Ach, da werden sich noch einige an mich erinnern. So, liebe Freunde, hätte gesagt, machen wir hier einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann wieder morgen zu Horizon Zero Dawn. Ich mach dir hier jetzt mal eine kleine Schnellspeicherung. Und dann sehen wir uns wieder, wie gesagt, eine allerfrische Morgen zu Horizon Zero Dawn. Und dann geht's dann weiter mit der nächsten Quest, die da heißt, jetzt weiß ich selber nicht, die Spur der Kriegerin. Genau. Die werden wir morgen machen und dann sind wir gespannt, was da alles noch auf uns zukommt. In diesem Sinne vielen Dank fürs Reinschalten und Servus, euer Franconia. Wenn sie nicht gewesen wäre... ...